Musik Willkommen zur Backstunde. Mein Therapeut, Prof. Dr. Dr. Kisame, hat mir empfohlen, ich soll packen. Das würde mich entspannen. Also backe nicht. Für alle diejenigen, die so scharf sind auf mein ultrageheimes Keksrezept. Wir backen heute, mach uns. Wir brauchen eine supergeheime Backmischung. Einen supergeheimen Topf. Zwei Eier. Hier sind vielleicht drei drin, aber wir brauchen nur zwei. Speiseöl. Wasser. Wir nehmen die Backmischung, reißen sie auf, es staubt. Wir nehmen die nun geöffnete Backmischung und geben sie in die Schüssel. Dann nehmen wir ein Ei, schlagen es auf und geben sie in die Schüssel. Dann das zweite Ei, pöpfen es und in die Schüssel. Wir nehmen das Wasser und stücken es hinein. Dann nehmen wir die Schüssel und verqueren den ganzen Mist. Sobald man nun seinen ganzen vorweihnachtlichen Frust an dem Teig ausgelassen hat, ihn schön zum Brei geschlagen hat, wird er nun in Förmchen gefüllt. Sobald das geschehen ist, kommen die Dinger für 20 Minuten bei 200 Grad in die Hölle. Nachdem man die Muffinsen aus ihrer 200 Grad Hölle errettet hat, werden sie entformt, schön angerichtet, werden etwas Puderzucker bestäubt und man hofft, dass sie seinem Esser im Hals stecken bleiben. Das ist ein guter Appetit und fröhnlicher Weihnachten. Fühlst du dich jetzt besser? Nein. Möchtest du noch eine weitere Sitzung mit Dr. Dr. Kisame? Ja. Ich ruf ihn an. Du bist. 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 Untertitelung des ZDF, 2020